Halbleiterdetektoren, Geli, HPGE, Gamma-Detektor, da muss doch mal Struktur hinter diese Fachbegriffe. Also, heute geht es um Halbleiterdetektoren, die für die Gammaspektrometrie genutzt werden. Halbleiter sind diese Elemente im Periodensystem. Das, was ich gezeigt habe, war mal ein Geli. Also der Kristall war ein recht reiner Germaniumkristall, der mit Lithium gedriftet, also versetzt wurde. Warum sollte man sowas machen? Also wie misst denn so ein Detektor überhaupt Gamma-Strahlung? Erstmal, wie wird denn der hergestellt? Was ich hier zeige, ist einer der größeren Geli-Kristalle. Wie macht man aus einem Germanium ein Kristall, denn ein Geli? Das Verfahren hinter diesen größeren Kristallen ist das Koaxial-Drift-Verfahren. Da wird dann metallisches Lithium auf ein P, positiv, leitenden Germaniumkristall gedampft. Anschließend wird dieses metallische Lithium zur Mitte hingedriftet mittels eines elektrischen Felds. Lithium ist ja sehr unedel, gibt seinen Elektron leichter ins Leiterband ab und gleicht an der Oberfläche nicht nur die positiven Elektronenlöcher aus, sondern sorgt für eine negative Zone dort. Bei zunehmender Eindringtiefe sinkt die Lithiumkonzentration auf ein Level, wo das Lithium genau in der Menge vorhanden ist, um aus dem P-Leitenden Kristall einen isolierenden Kristall zu machen. Das I bezieht sich auf intrinsische Leitfähigkeit, nicht auf isolierend, da die intrinsische Leitfähigkeit immer noch übrig bleibt. Ganz in der Mitte ist die Konzentration an Lithium sehr niedrig, dass wir in der Mitte einen P-Typen haben. Tada, wir haben einen PIN-Pin-Detektor. Da wird jetzt eine Gleichspannung in Sperrrichtung angelegt, sodass kein Strom fließt. Trifft ionisierende Strahlung auf die Verarmungszone, also die I-Zone, wird ein Elektron-Elektron-Lochpaar erzeugt. Und diese können dann durch die angelegte Spannung im elektrischen Feld zur Elektrode wandern und als winzig kleiner Stromimpuls gemessen werden. Das war also eine kleine Übersicht zu den PIN-Detektoren. Es gibt auch noch andere Halbleiter-Detektoren, wie zum Beispiel den Oberflächensperrschicht-Detektor, den wir zur Messung von Alphas nutzen. Warum denn jetzt so kompliziert Lithium reindüften? Damals konnte man Germanium-Kristalle nicht so hoch reinzüchten. Sie hatten immer irgendwelche Verunreinigungen. Diese Verunreinigungen konnten diese Elektron-Lochpaare, die durch die ionisierende Strahlung erzeugt werden, abfangen. Und damit könnte es gar nicht zu einem Signal kommen. Jetzt hat man die Technik, hoch rein Germanium-Einkristalle zu züchten, um daraus eben diese HPGE-Detektoren zu machen. Die sehen letztendlich genau gleich aus. Kapselung mit Vakuum, Detektorkristall und einen Kühlfinger, der vom Kristall bis in einen Flüsselstickstofftank taucht, um den Kristall zu kühlen, damit er eine optimale Auflösung hat. Der riesige Vorteil ist, HPGEs können warm werden. Lässt man das bei Gelis zu, gehen die kaputt, da das Lithium wieder raus diffundiert und dann hat man ein LPGE, Low-Purity-Germanium-Kristall. Die sind für nichts mehr zu gebrauchen. Außer für ein YouTube-Video, wo man dann nochmal den eigentlichen Nutzen davon erklärt. Die Effizienz vom Geli und HPGE unterscheiden sich wirklich nur minimal und deren Auflösung in Kilo-Elektronenvolt ist genauso energieabhängig. Beide können bis ca. 500 Kilo-Elektronenvolt sehr, sehr gut mit Effizienzen von 1 bis 5% und einer Auflösung von bis zu 0,2 kV genau messen. Danach sinkt die Effizienz und auch die Auflösung, bleibt aber weitaus besser als die von einem Natrium-Jodid-Tallium gedopten Zintillationsdetektor. Alle Gammaspektren, die ich bis jetzt in dem Video gezeigt habe, sind mit unserem Geli aufgenommen. Für so ein Spektrum legt man seine Probe auf den Detektor, der von einer Bleiburg und teils noch zusätzlich von einem Quecksilberbad abgeschirmt ist, um die Gammastrahlung von dem Gamma-Untergrund zu unterdrücken. Für dieses Blei gibt es dann auch wieder verschiedene Klassifikationen. Da gibt es zu einem wohl ganz normalen Standardblei. Dann gibt es noch Nordseeblei, also aus alten Kanonenkugeln, die recycelt wurden. Die sind nämlich besser geeignet, da die da unten nichts von dem letzten Jahrhundert und dem ganzen radioaktiven Fallout mitbekommen haben und auch nicht in Hochöfen von Kobaltquellen bestrahlt wurden. Und noch besser ist dann das Material von alten Kriegsschiffen, die dann extra für diese Low-Level-Abschwimmungen zersägt werden. Aber sowas haben wir nicht bei uns. Und wie sieht jetzt so ein Gammaspektrum aus? Zum Beispiel so. Das ist ein Spektrum von Natrium-24, ein sehr hochenergetischer Gammastrahler. Natrium-24 hat zwei Linien, einmal bei 1368 kV und bei 2754 kV. Das sind die sogenannten Photo- oder Full-Energy-Peaks. Hier hat das Gamma-Photon dann die komplette Energie im Germanium-Kristall deponiert. Das kann in einem Stoß passieren, Photo-Effekt, oder in mehreren aufeinanderfolgenden, die letztendlich auch in einem Photo-Effekt resultieren. Das passiert so schnell, dass der Detektor das nicht auseinanderhalten kann, ob das jetzt in einem oder in mehreren Stoßen passiert ist. Die Energie bleibt komplett in diesem Photo-Peak. Vor jedem dieser Photo-Peaks gibt es noch das Compton-Kontinuum mit der Compton-Kante. Das beschreibt die Energie, wo das Gamma-Photon nicht 100% dessen Energie im Detektor deponiert hat. Der Effekt, der dahinter steht, ist die Compton-Streuung. Also praktisch ein elastischer Stoß. Hierbei trifft das Photon auf den Elektron und macht eben keinen Photo-Effekt. Und diese Compton-Kante beschreibt dann die maximale Energieübertragung vom Photon auf das Elektron ohne Photo-Effekt. Das ist ein bisschen wie beim Billard, wo man perfekt draufstößt um 180-Grad-Winkel, nur dass die Kugel, die den Schwung mit sich bringt, ein Ping-Pong-Ball ist. So ungefähr das Massenverhältnis zwischen Photon, was dann auf das Elektron trifft. Die Billard-Kugel, also das Elektron, wird nicht viel Impuls bekommen. Und diese nicht hohe Energie korrespondiert dann eben zu dieser Compton-Kante. Und wenn der Ping-Pong-Ball diese Billard-Kugel in einem Winkel trifft, wird ja sogar noch weniger Energie übertragen. Das ist dann das Compton-Kontinuum. Jetzt muss ich mal das Spektrum wechseln zu einem von C737, da eine weitere Struktur in dem Natrium-24-Spektrum nicht gut sichtbar ist. Und zwar der Rückstreu-Peak. Wir haben unseren Photopeak bei 661 kEV, die Compton-Kante bei 478 kEV und den Rückstreu-Peak bei 183 kEV. Fällt uns was auf? Würde man die Energie der Compton-Kante und des Rückstreu-Peaks addieren, würde man auf die 661 kEV vom Photopeak kommen. Okay? Guck mal, unser Präparat ist ja in Harz eingegossen. Ist ja nicht einfach ein loses Cesiumchlorid. Und alles, was im Detektor passieren kann, kann auch in dem Harz passieren. Also auch der Photoeffekt und die Compton-Streuung. Wir messen ja eigentlich immer die Energie, die die Elektronen unseres Detektors durch das Photon bekommen. Die Energie kann aber auch genauso gut eben auf die Elektronen des Harzes übertragen werden. Was wir da natürlich nicht messen und gut, bei einem Photoeffekt im Harz messen wir eh nichts. Aber bei einer Compton-Streuung und da kann maximal 478 kEV übertragen werden. Und übrig bleibt ein Compton-gestreutes Photon mit 183 kEV, was das Harz verlässt, in den Detektor fliegt und dort die Energie überträgt. Und so kommt es zu diesem Rückstreu-Peak. Praktisch eine Reverse-Compton-Kante, weil die eigentliche Compton-Kante im Harz steckt. Bitte diese Formulierung nicht im Kollok bringen. Compton-Kanten stecken nicht im Harz, wenn dann wurde die Energie der Photonen irgendwo deponiert. Jetzt gibt es noch weitere Strukturen in dem Gamma-Spektrum. Zum Beispiel sind vor dem hochenergetischen Peak noch zwei weitere, die zu einem gewissen Grad auch dazugehören. Das sind die Escape-Linien dieser Peaks. Wenn ein Photon mehr als 1022 kEV hat und das 2754 kF hat es auf jeden Fall, dann kann es zur Paarproduktion kommen. Nach E gleich mc² wird die Energie in ein Elektron-Positron-Paar im Detektor umgewandelt. Das alleine ist schon ein wildes Konzept. Dieses Positron ist Antimaterie und zerstrahlt sich mit einem Elektron, das auch im Detektor vorhanden ist. Dementsprechend wird dann wieder die Masse nach E gleich mc² in Energie umgewandelt. Das heißt, wir haben in dem Fall aus einem 2754 kEV-Quant für den Detektor ein 1732 kEV-Päckchen und zwei 511 kEV-Quanten gemacht. Es müssen zwei einzelne 511 kEV-Quanten sein, um nicht nur der Energie, sondern auch der Impulserhaltung gerecht zu werden. Das passiert alles innerhalb von Picosekunden. Der Detektor weiß davon noch gar nichts. Jedenfalls, wenn eines dieser 511 kEV-Quanten nun den Detektor verlässt, haben wir nur noch 2243 kEV. Ach, guck mal, genau da ist ein Peak. Also, wenn eines der beiden Vernichtungsphoton bei der Paarbildung eines hochenergetischen Photons den Detektor verlässt, haben wir den ersten Escape-Peak bei Photoenergie minus 511 kEV. Und wenn beide dieser 511 kEV-Quanten den Detektor verlassen, haben wir den sogenannten Double Escape-Peak, bei Photoenergie minus 1022 kEV. Eigentlich ist es möglich, dass alle Gamma-Photonen mit einer Energie von mindestens 1022 kEV diese Paarbildung machen. Dementsprechend müsste der 1368 kEV-Peak auch Escape-Linien zeigen, nur die Wahrscheinlichkeit steigt mit der Gamma-Energie. Dementsprechend sehen wir die in diesem Spektrum nicht. Dazu gibt es noch zwei Peaks, die in jedem Spektrum vorhanden sind, auch wenn man nur den Untergrund misst, den 1461 kEV-Peak, das ist der von Kalium 40. Als primordiales Radionuklid schwirrt es einfach überall rum. Und die 1461 kEV-Linie ist ja hochenergetisch genug, um Paarbildung passieren zu lassen. Dementsprechend gibt es auch immer noch einen 511 kEV-Peak von dieser Vernichtungsstrahlung, von der wir ja gerade gesprochen haben. Mäßig gelungene Überleitung mit den 511 kEV, aber es gibt noch eine letzte wichtige Struktur im Gamma-Spektrum, den Summen-Peak. Der tritt auf, wenn man kaskadenähnliche Übergänge hat oder generell andere Emissionen, die sehr schnell aufeinanderfolgend auftreten. Hier beispielsweise Natrium-22. Wir haben zwei Hauptpeaks, einmal die eigentliche Gamma-Linie bei 1274 kEV und noch einmal die Vernichtungsstrahlung bei 511 kEV, da es ein Positron-Strahler ist. Und manchmal wird die Energie so schnell im Detektor deponiert, dass auch hier nicht zwischen den einzelnen Events unterschieden werden kann und ein Summen-Peak zustande kommt. Summen-Peaks treten nicht bei jedem Radionuklid auf. Unser Geli ist zum Beispiel immer auf den Bereich von 0 bis 2000 kEV eingestellt und die meisten Summen-Peaks sind sehr hochenergetisch. Hat sich nur bei Natrium-22 angeboten, da wir hier einen Summen-Peak bei 1785 kEV haben. Ich packe mal dazu eine Übersicht in die Videobeschreibung. Damit sollten wir jetzt einen besseren Überblick über die Halbleiter-Detektoren und die Messung von Gamma-Strahlung haben. Dieses Video ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Analytik und Kernchemische Grundlagen geleitet von Dr. Erik Strupp in der Abteilung Nuklearchemie an der Universität zu Köln. Und ein großes Dankeschön geht raus an meine Patreons. Damit verabschiede ich mich. Tschüss!